Brandneu im Katalog dürfen wir Ihnen ein Highlight präsentieren, das gerade im Jahre 2019-20 auf gar keinen Fall zu Hause fehlen darf. Denn wir alle besitzen Sie, die Smartphones, wo leider Gottes ja doch das Display immer ganz, ganz schnell rissig wird oder reißt oder ähnliches. Das ist mein Privates, schauen Sie mal, das sieht genauso aus. Andreas hat aber die Lösung für uns. Richtig, bei uns ganz, ganz neu und es ist wirklich die Lösung, liebe Zuschauer. Wenn Ihr Smartphone runterfällt, das Display springt, egal ob das jetzt ein kleineres ist, ob das hier am Rand ist, ob das ganze Display betroffen ist, dann ist es ja oft so, man hat keine Zeit oder auch kein Geld, dieses Display auszutauschen, weil so ein Display zu erneuern bei so einem Smartphone kostet locker ab 150 Euro aufwärts. Das kann bei teuren Modellen bis zu 500 Euro für den Display tauschen. Jetzt möchte man das Ganze möglicherweise nicht sofort machen, dann hilft nur so ein Reparaturset. Und das haben wir jetzt für Sie hier in dieser Sendung zum ganz kleinen Preis, wie gesagt, bei uns ganz neu. Was macht dieses Reparaturset? Zum einen bekommen Sie natürlich hier die Beschreibung dazu. Es ist also alles ganz kinderleicht, ganz spielend leicht, nochmal hier erklärt. Und dann wenden Sie wie in dieser Beschreibung hier einfach schrittweise die einzelnen Dinge, die wir jetzt hier aufgestellt haben, an. Zum einen haben wir hier so einen speziellen Kleber. Wir haben hier eine Rasierklinge, um dann die Klebereste zu befreien und dann eben auch noch den ein oder anderen kleinen Helfer. Das ist aber alles haargenau erklärt. Wenn Sie dann diesen Reiniger auf Ihr beschädigtes Display auftragen, beziehungsweise den Kleber, macht der Folgendes. Der sichert hier diese Splitter, weil das kennen Sie wahrscheinlich. Wenn das Display springt, dann gibt es so hauchdünne kleine Splitter. Und wenn man da mit dem Finger draufkommt, das tut richtig weh, da schneidet man sich regelrecht dran. Und dieses Reparaturset sorgt dafür, dass diese Splitter erstens gesichert werden und dass eben auch das Display nicht weiter reißen kann. Und als drittes bleibt Ihr Display weiter funktionsfähig trotz der Beschädigung. Das ist einfach hier eine geniale Angelegenheit. Warum, liebe Zuschauer? Nicht jeder hat das Geld und möglicherweise auch die Zeit, um ganz schnell hier das Display reparieren zu lassen. Man muss es häufig dann auch einschicken, dann dauert es wieder. Das heißt, hier eine schnelle Reparaturmöglichkeit. Sie können das Display weiterverwenden, Sie verletzen sich nicht dran. Diese kleinen Splitter werden abgetragen und gesichert. Und vor allem ist eben auch das Schöne hier, es ist günstig. 9,45 Euro hier für ein weiterhin funktionsfähiges Display. Ich bin begeistert. Wir schauen uns gerade mal die Anwendung an. Sie sehen, Step by Step, zack, kein Kratzer mehr da. Das ist Wahnsinn, wie schnell und einfach das geht. Also ich würde das an Ihrer Stelle einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Probieren Sie es einfach mal aus für 9,45 Euro. Das ist der Hammer. Die Kratzer werden versiegelt, damit sie nicht weiter einreißen oder auch zerbrechen. Und vor allem ist es natürlich auch so, dass man sich hier eine ganze Menge Geld spart. Ja, das ist ja tatsächlich immer das Problem, liebe Zuschauer. Wenn man dann so ein beschädigtes Display hat, dann haben Sie ja immer die Angst, dass es noch weiter reißt. Dass es tatsächlich hier wie so eine Landkarte dann auf dem Smartphone aussieht. Und es ist mir selber schon passiert, ich hatte schon ein beschädigtes Display mit diesen kleinen Splitter da drauf. Und die tun richtig weh. Ich habe selber schon die Erfahrung gemacht. Ich bin dann so drüber gefahren, wollte natürlich das Smartphone ganz normal bedienen und habe mir diese kleinen Splitter in den Daumen gedrückt. Die kriegt man natürlich nicht wieder raus. Deshalb, liebe Zuschauer, hier eine einfache Möglichkeit dafür zu sorgen, dass das Display versiegelt wird, es nicht weiter reißt und Sie eben dann im ersten Zuge hier die teuren Reparaturkosten sparen. Das können Sie dann wirklich hier tatsächlich verschieben. Das Set sehen Sie gerade noch mal hier. Hier ist also alles dabei, was Sie brauchen. Sogar noch ein bisschen mehr, gerade noch mal außer ein Tüchchen, um einfach das Display dann auch ständig sauber zu halten. Sie können das Ganze ja auch mehrmals anwenden. Auch das ist genial. Und vor allem der Preis 9,45 Euro. Sensation. Greifen Sie zu mit der NX 6085, der 569, können Sie auch gerne für Ihre Kinder und Enkelchen mal mitbestellen. Die haben ja auch immer Probleme mit dem Smartphone. Zack, kommt man mal irgendwo gegen, ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. Machen Sie denen eine Riesenfreude mit, ehrlich. Und die Anleitung, die ist ja auch dabei. Probieren Sie es doch einfach mal aus für 9,45 Euro. Stellen Sie sich das Set gleich zweimal, brandneu im Katalog und schon auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Clever, dass Sie hier zugegriffen haben. Und jetzt mal selbst Hand anlegen und Ihr Display hier spielt gleich wieder reparieren. Viel Spaß. Viel Spaß.